Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlace, Leute. Mal wieder wird auf Fortnite reagiert, habe ich lange nicht gemacht und zwar, weil ich wirklich gestern im Stream einen überkrassen Fail hatte. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal Fortnite Deutschland kennt. Auf diesem Kanal werden immer so von allen Streamern und YouTubern die lustigsten Fortnite-Szenen gezeigt. Auf einmal, ich fange an aufzunehmen, draußen wieder komplett Eskalation, keine Ahnung, Leute. So, wir schauen auch mal eben kurz hier rein, weil der Fail war echt zu krass. Und ich werde mir die ganze Folge anschauen. Der kleine Streich. Guck mal, wie er mich holt. Das ist der absolut lächerlichste Über-Fail aller Zeiten. Leute, wie krank hat er mich mit der Impulsgranate aus diesem fucking Haus rausgehauen. Guck dich das bitte mal an. Warte. Wie hat er das denn geschafft? Der kleine Streich. Das war es wieder so komplett. Das war absolut komplett. Ich kann es auch nicht fassen. Springen wir mal an den Berg. Ja, so passt es mit der Facecam. Scheiß drauf. Dann ist jetzt die Map verleckt. Braucht er bei so einem Highlight-Video keine Map. Ja, das klappt nicht, Alter. Micky TV auch ein richtig geiler Stream. Er feiere ich auch. Ah, er macht hier den 50-50-Modus. Auf der Playsee zu gucken bockt voll. Ich gucke auf der Playstation gerade das Video. Irgendwie geil. Guck mal, was jetzt passiert. Aber er ist richtig clean. Er ist richtig geil clean runtergeschoben. Muss man ihn schon mal lassen. Er dachte jetzt, jetzt geht der Fallschirm nochmal auf. Aber das war es dann wirklich komplett an der Stelle. Er ist auch sehr enttäuscht. Man sieht es ihm an. Den kenne ich noch gar nicht. Den Frechdachs. Ich bin auch 20 Sekunden entfernt. Ah, der schiebt mit Peng zusammen. Die Trap. Gute Nacht. Er überlebt. Alter Jonas, Mann. Die waren so krass, dass ich die ohne dich geholt habe. Na, als ob deine Falle... What the fuck, Digga. Oh mein Gott. Da ist einfach noch eine Falle drin. Nee, lief auch ehrlich gesagt nicht gut, Digga. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Einstellungen vornehmen und so. Okay, Carmo. Gucken wir uns mal Carmo an. Wie gesagt, Digga. Auf meinem PC liebt das Spiel echt scheiße. Aber wie er da vorbei cruised. Ich hatte manchmal die Daymacht. Was ist, wie der kommt denn? Nein, aber er stirbt. Oh mein Gott. Es tippt mich auch noch nicht. Lord, es tut... Digga, es ist der Beste. Es ist wirklich krass. Sammy Latt 11, bester Spieler der Welt. Ah, die habe ich schon mal gesehen. Auch bei Fortnite Deutschland. Jetzt war es wieder komplett. Hat der da gar nicht viel sexy gemacht? Oder habe ich mir das eingebildet? Das war jetzt nicht so spektakulär. BayanatorTV. Hier, schöner Baufight. Hat aber den Lowground. Holte sich Highground jetzt? Nee. Alter, der Gegner hat Scheuer halt echt um seine Mutters Vergangenheit, Digga. Das war es wieder komplett. Ich fack dieses Game ab, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, ich... Jede verfickte Runde. Jede verfickte Runde. Ah, Carsten. Das muss gut werden. Das muss gut werden, Freunde. Der Carsten. Oh, das war nice. Das war nice. Er ist so der lustigste Mensch auf der Welt. Ich schwöre es euch. Nein, nein, nein. Nochmal, nochmal. Mach jetzt den Scheiß, Alter. Geil, Digga. Ohne Scheiß. Wie er ausrastet bei sich zu Hause. Und der Panzer kommt doch gleich wieder rein. Scheiß Ehre genommen, du kleiner Zigeuner. Okay, alles klar. Das war's wieder komplett. Der geilste Scheiß ever, Mann. Ich hab so Herzklopfen, Bruder. Ich glaube, Carsten hat auch nie so viel getanzt in seinem ganzen Leben, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Dass er noch nie so getanzt hat. Ich weiß nicht, ob er so ein Disco-Typ ist. Ich denk's nicht, Digga. Lol. Ich spiel so auf Stretched. Oh. Die Sniper ist echt too strong. Die schießt einfach die ganze Treppe mit einem Schuss weg. Der Hadi. Lol. Der Hadi ist für mich auch eine richtige Legende. Bin ja so Horror-Games-Zock. Kennt ihr das? Legendär. Nein. Oh nein. Ich glaub, das reicht nicht so weit, oder? Oh nein, was ist das? Nee. Ach, ich weiß, was das ist. Ja. Gönnt euch. Hä, lol, Digga. GG, Mann. Wie hast du das gemacht, ey? Wann mal die erste gute Szene von mir bei Fortnite Deutschland kommt? Doch, neulich war einem so ein Fallen-Play. Aber das war's wieder komplett ansonsten. Lol. Wie hat er ihm noch einen Schuss mitgegeben? Der ist auch zu krass, Razoroo, Mann. Der ist zu krass, Digga. Den feier ich auch richtig, Mann. Der ist geil. Oh, die Wand war vielleicht eine halbe Sekunde weg. Alles klar, Digga. Den kenn ich auch noch aus Fortnite Deutschland. Mit einem großen Zeh im Sturm gewesen, Alter. Direkt tot. Mal gucken, was Liam für uns hat hier. Ah, das hab ich im Stream live gesehen. Da ist gleich der losteste Typ der Erde. Hoffentlich hat er das noch reingeschnitten. Ah, das war übelster Snipes. So ein Quickscope gibt er ihm jetzt. Bam. Er sagt nur so lol, obwohl er sich so geil gefühlt hat in dem Moment. Das kenn ich von COD, so ein Turn-On. Man tut's auch, ob nichts passiert wäre. Aber Mann, hätte man den Troll noch zeigen sollen. Oh mein Gott. Also Leute, falls ihr das Video jetzt hier seht, auf jeden Fall Fortnite Deutschland abonnieren. Richtig geiler Kanal, Mann. Die machen jeden Tag die geilsten Highlights von den ganzen Deutschen. Finde ich richtig nice. So wie das deutsche BCC-Trolling. Jeden Tag neue Highlights. Gönnt Support auf jeden Fall. Und das war's komplett. 392! Da kannst du jetzt zwei Leute mitkillen, Digga. Kobi, 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 Kobi. Lol, Digga. Ich wurde so eliminiert. Der beste Kober der Welt, Leute. Oho, Digga, der hat mich mit einer M16... So wie kam er in meinem Stream. Ich fick deine Familie, du Hurensohn. Sag der, aber als ich AFK war zu so einem Gegner, Digga. Das war's wieder komplett. Jetzt kommt das Play mit der Suchrakete, oder was? Die würde ich nicht mehr aufheben, wenn ich die sehe. Halt's mal, als ob das keine Absicht war, Digga. Wie entspannt er da saß, Mann. Das war einfach nice, ohne Witz. Auch keine Regung zeigen, so muss das sein. Als ob es das Normalste der Welt wäre. Jetzt, jetzt zeigt er mir. Wer braucht denn eine Shotgun, wenn du eine Bolt hast, Alter? So sieht's aber mal aus, Digga. Was für ein Snapper, Digga. Der Typ heißt einfach Netzwerkstecker, das war's wieder komplett. Ich wollte jetzt noch... Ja, noch eine Runde, dann wollte ich eigentlich Stream ausmachen, weil ich hab krass, ich hab heute noch nichts gegessen. Ah, okay, klar. Ah, von Susanna. No scope? Warte, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Lass den, lass den, lass den. Alter. Er wurde so gedemütigt. Oh no, das Auto. Ja, ich hab ihn. Der schwitzt auch richtig, ich liebe es, wenn die so schwitzen in der Face. Er hat mich so gebumst, Alter. Er ist wenigstens ehrlich. Okay, Carsten, ich freu mich. Er ist so abgefuckt. Er sagt gar nichts mehr. Besser ist das. Loll. Digga. Sein Loot. Ach, das ist der Sniper-Modus. Stell dir vor, er wird normal so spielen. Der ist auch gut. Immer wenn ich den sehe, hat er gute Sachen. Ich kenne halt viele auch nur durch Fortnite Deutschland. Das ist eigentlich geil, man lernt da auch neue Leute kennen. Vielleicht jemanden feiert oder so, ist doch nice. Ben wird absolut gestraft wieder. Ben ist überfordert. Er ist leider sehr überfordert. Maximal lost, wie Reapers sagen würde. Harter Kampf. Digga, bei ihm ist sogar alles stretched, sogar die Facecam. Ey, warte mal, das ist mein Zuschauer, Digga. Ich kenne den Namen aus meinem Chat. Guck mal, was du drauf hast, Digga, im Sniper-Oni-Modus. Uuuuh, aber nicht ganz synchron dein Stream. Aber nice, Digga. Jetzt kommt wieder das legendäre Outro. Sorry, Jungs. Sorry, Bros. Ich dachte, das ist, sorry. Und jetzt die Musik. Also der Channel ist echt geil, Leute. Wie gesagt, zwei Fails. War mal wieder am Start von mir sogar. Daily Fails von mir könnt ihr dort sehen, falls ihr es vielleicht nicht immer schafft, den Stream zu schauen oder so. Dann abonniert die Jungs auf jeden Fall. Lasst ein Video gerne ein Like da. Ich bin Rost für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.